Das war aber ein wirklich gruseliger Film. Ja, aber der hat richtig viel Spaß gemacht zu schauen. Ja, auf jeden Fall. Und Vitamine? Ja, ich habe auch wirklich Angst jetzt. Naja, wir gehen dann jetzt mal raus. Ich habe mega Hunger. Und ihr? Ja, essen. Ja, ich auch. Yippie. Warte. Hey, Freunde, seid ihr auch da? Freut mich mega, dass ihr eingeschaltet habt. Und bevor wir mit dem Video anfangen, es würde mich super doll freuen, wenn ihr diesem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben geben könntet. Und, Freunde, vergesst auf jeden Fall, mich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch kein Video mehr verpasst. Und, Freunde, ihr wisst ja, wir sind kurz vor den 300.000. Das würde mich auf jeden Fall mega unterstützen, wenn ihr mir da helfen würdet. Okay, Freunde, dann gehen wir mal los, oder? Ja, na klar. Okay, los. Genau, was wollen wir denn essen? Tschüssi. Tschüssi. Weiß ich gar nicht. Was wollt ihr denn essen? Ich weiß es auch noch gar nicht so richtig. Wir können ja mal schauen. Genau. Wollen wir denn zu den Asiaten Nudeln essen? Oder McDonalds? Ich will was Gesundes. Ich glaube, ich esse Nudeln. Okay, ich auch. Ich auch. Ich nehme eine Pilzsuppe. Yeah. Ich hole mir eine Hühnersuppe. Ich hole mir eine lange Nudel. So. Soll ich bezahlen für euch? Ich habe sogar zehn Diamanten dabei. Ähm, nee. Ich habe auch einen Diamant. Musst du nicht sagen. Dankeschön. Okay. Und du, Vitamine? Ja. Äh, du kannst für mich bezahlen, wenn du möchtest. Okay, gerne. Also ich hätte... Was willst du noch mal, Vitamine? Ähm, ich möchte eine Nudel. Eine Nudel? Na ja, eine ganz lange. Kennst du doch nicht. Nein. Also eine Nudelsuppe oder wie? Ja, so eine Nudelsuppe. Genau. Das meine ich. Okay. So eine Nudelsuppe, zwei Pilzsuppen für mich und eine Hähnchensuppe. Hühnersuppe. Genau. Achso, okay. So. Bitteschön. Hey, okay. So. Ja, bitteschön. Okay, dies für dich. Ja. So. Dankeschön, meine Hühnersuppe. Ah, lecker. Das ist lecker. Und was wollen wir eigentlich heute noch machen? Ähm, hm. Was wollen wir wirklich machen? Spielen? Ja, aber was denn spielen? Also, wir können Basketball spielen. Wir können aber auch mal ins Freibad gehen. Stimmt. Los ins Freibad. Los. Ich bin der Erste. Okay, nein. Ich bin der Erste. Ich bin der Erste. Der Letzte, der da ist. Stinkt. Ohne Schummeln. Hä? Wo ist Hände hin? Hä, wo ist Hände hin? Aber, ja, Freund, ich bin auf jeden Fall der Erste. Vor euch. Hä? Nein. Ich bin der Erste. Ich bin der Erste. Ich war erster. Hey, Freunde. Halt auf die Kommentare. Wer war zuletzt da? Der Letzte stinkt nämlich. Hm, ich glaube, das war auf jeden Fall Daniel. Daniel. Daniel, ich bin ja schon in Badehose. Ich gehe einfach direkt rein. Okay. Und zack. Hey, Daniel. Ich spring jetzt einfach mit Sachen rein, weil die trocknen eh ganz schnell. Ja, die trocknen eh ganz schnell. Ja, ich auch. Okay. Naja, wenn ihr wollt. Cool. Okay, zack. Wow. Aber sind eure Klamotten jetzt nicht so mega schwer wegen dem Wasser? Ja, natürlich. Aber das trocknet auch. Ich habe eine richtig coole Idee. Okay, komm, wir machen mal. Wer am längsten tauchen kann. Oh, ich kann nicht so lange tauchen. Eins, zwei, drei, drei. Oh, wer gewinnt? Ich bin der Schiedsrichter. Oh, ich kann nicht mehr. Ich habe gewonnen. Ich habe sogar ein bisschen Wasser geschluckt, ey. Daniel, musst du mit Beatmung? Nein, noch nicht von dir, Vitamine. Hey, Daniel, komm her. Ich will dich mal. Nein, geh weg von mir. Okay, hey, Vitamine. Dann gehe ich eben nach Hause, wenn ihr nicht mehr möchtet. Hey, hey, Vitamine. Hey, Vitamine, es war nur Spaß. Okay. Ähm, wollen wir vielleicht noch ein bisschen angeln oder so? Ja, natürlich. Gerne. Nein, ich war ja da hinten beim Strand. Ach so. Ja, können wir machen. Ippi, gerne. Jetzt wirklich, dein letzter der Haar stinkt wirklich sehr. Was? Wirklich? Ja, wirklich. Oh Mann, Freunde, aber ich kann nicht mehr. Hab, Vitamine. Du bist Vitamine. Oh, Malu. Du stinkst. Aber ich kriege euch doch nie. Hey, Vitamine. Hey, der nimmt mein Auto, Daniel. Hey, so. Wer von euch war zuletzt da? Zendlich. Hey, Vitamine. Naja, ist ja auch egal. Hey, ist ein Boot. Oh, ich will fahren. Hey, wartet mal. Wir sind ein Boot von euch. Wow. Aber irgendwie bin ich ein bisschen müde. Daniel, willst du denn los? Oh, ich schlafe ein bisschen. Hey, nein, Daniel. Nein, ich schlafe. Hä? Was sind das für Schritte? Oh? Hä? Hey, Freunde, wacht auf. Hallo. Sentex, Vitamine. Oh, was ist denn da? Wir sind alle eingeschlafen. Was? Warum ist das so spät? Ich stehe nicht. Wie lange haben wir bitte geschlafen? Oh mein Gott. Das kann ja nicht sein. Genau. Aber warte mal. Jetzt bin ich mit dem Boot fahren. Los, Freunde. Kommt rein. Sentex, kannst du noch reinkommen? Ja, ich steig einfach drauf. Okay, und los. Wow. Nein, ich freu. Ich warte. Ich schwimme rüber. Oh, ich kann gar nicht schwimmen. Hey, komm jetzt rüber. Du kannst doch schwimmen. Und zack. Na, endlich bist du da, ey. Ja, das hat ja richtig lang gedauert, bis du da rüber geschwommen bist. Genau. Ja, ich muss auch schwimmen. Ihr seid fahren. Das ist so unfair. Egal. So. Oh, hey, ist ein Loch hier nicht lang. Schimpf. Oh, hier lang gehen, okay. Nein, nicht, dass da jemand reinfällt. Pass auf, Sentex. Ich hab die Idee, wie ich bin versteckt. Ja, okay. Und bald ist das mega cool. Ja, aber nicht, dass wir Granny oder sowas sehen. Ach, Quatsch. Ähm, du suchst. Ich suche. Ja, okay. Ja, los, Sentex, wie versteckt wird. Komm mit mir. Ja, sollen wir zusammen verstecken? Drei, drei, vier, Jaki. Ja, okay. Oh, oh. Hallo. Hey, Sentex. Was ist das? Oh. Stalin, wie weh ist das? Hey, stopp. In Pause. Da, ich komm. Komm, komm, renn weg. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich komme. Ich komme. Wohin sollen wir? Geh weg von mir. Hey, was ist das denn? Weiß ich nicht. Den haben wir doch gerade im Film gesehen. Stimmt. Oh nein. Hey, weg da. Das ist der pinke Zombie. Los, Freunde, wir müssen wieder weg von mir. Das ist der pinke Zombie. Hey. Nein. Nein. Ich stehe auf. Pascal ist im Boot raus, Freunde. Der ist im Boot. Der ist im Boot. Vitamine, geh weg. Nein. Oh, oh. Wird das Boot geplatzt. Oh, oh. Pass auf, Daniel. Nein. Wir müssen hier weg. Ich glaube, der hieß doch Pascal, oder? Daniel. Nein. Daniel. Ich bin gut. Komm, wieder hoch, Daniel. Genau. Oh nein. Wir müssen Daniel helfen, Vitamine. Aber, 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 aber wie? Hey, Freunde. Oh, Daniel. Oh nein, oh nein. Nell, du tötet mich doch gleich. Aber, 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 aber. Hilf mir, bitte. Wie sollen wir Daniel helfen? Ich komme, Vitamine. Schnell, aufschreiben. Horst sehe ich nach oben. Freunde. Oh nein, oh nein. Aber, er kommt die Leiter nicht hoch. Das war knapp. Freunde, ich bin dann hoch so schnell. Oh mein Gott, das war richtig dolle knapp. Ja, das stimmt. Das war wirklich dieser pinke Zombie, was wir auch im Kino gesehen haben. Ja, schnell rüber. Aber, 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 Daniels hat angefangen zu regnen. Egal, komm rüber, schnell. Okay, ich glaube. Schnell, die werden nass. Vitamine, wir gehen alle zu dir, okay? Ja, gute Idee. Das können wir gerne machen. Die Tür wird offen oder brauchen wir die Schlüssel dafür? Die Garage ist immer offen von denen. Keine Ahnung, warum die die offen lässt immer. Stimmt, die kommen über die Garage. Ich kann los in die Garage und schnell zumachen. Hier ist aber richtig schön warm. Hey, wo ist Daniel hin? Ich bin oben, komm schnell. Ja, ich komme. Stimmt. Ich bin schon so müde. Ich auch, ich will nur noch schlafen. Ja, das war ein richtig aufregender Tag, muss ich mal sagen. Okay, Freunde, das war es dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch unbedingt ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Schaut unbedingt bei Vitamine und Centix vorbei. Da haben wir noch coole Videos gemacht. Und ja, schaut bei meinem Instagram vorbei. Und tschüss. Tschüss. Tschüssi. Wenn du denkst, dass du alles besitzt, liegst du falsch. Du hast alles und nichts. Nix. Die Crew, die du hast, wird für immer bei dir sein. Grandline macht dich bereit. Und jeden Tag aufs Neue ziehen wir weiter. Jeden Tag aufs Neue kommen die Pirates. Jeden Tag aufs Neue wirst du bereichert. Jeden Tag aufs Neue kommen die Pirates. Wenn du denkst, dass du alles besitzt, liegst du falsch. Du hast alles und nichts. Nix. Die Crew, die du hast, wird für immer bei dir sein. Grandline macht dich bereit. Und jeden Tag aufs Neue ziehen wir weiter. Jeden Tag aufs Neue kommen die Pirates. Jeden Tag aufs Neue kommen die Pirates.